Hallo und herzlich willkommen zu, ja, wie lese ich diese Wünschelbrunnen-Geschichten? Ähm, für alle, die sich nicht spoilern lassen wollen, die könnt dieses Video überspringen oder in der nächsten Folge gibt es dann nochmal Story, Storyline. Ich werde in dieser Folge nichts anderes machen, als diese Wünschelbrunnen-Quests lösen. So, wir haben hier Nummer 1. Das ist, äh, Tiefbrunnen, irgendwas, Tiefgräber-Dingens. Und, ähm, weil ich es hasse, hier wieder hinzurennen. Ähm, ne, mach folgendes. Ganz ruhig, ganz ruhig. Äh, da, 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 will ich hier mal einen Rückkehrpunkt setzen. Na, 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 meditieren, äh, markieren. So, nicht meditieren. So, ich mach hier mal einen Markierungspunkt. Ja, ja. Ach, so viel hin und her. So, und nun möchten wir die Rätsel lösen. Das erste Lied, ja, erste Rätsel lautet, Gefangen im Licht, versunken im Stein, so wäre ich ewig dort kalt und allein. Die Zacken gebrochen, der Stern blass und leer. Mein Lachen verklungen, ich scheine nie mehr. Es ist nichts anderes und das ist mir tatsächlich so ein bisschen durch den Kopf gegangen, als ich das gehört habe oder gelesen habe. Entweder ist es Azuras Stern und zwar zerbrochen oder es ist ein zerbrochener Seelenstein. Ich habe weder noch. Deswegen mach ich mal folgendes. Und zwar versuche ich alles in Ark zu kriegen. Dazu muss ich immer mich eben da hin teleportieren. Nach Ark müssen wir sowieso, weil da auch der goldene Kelch liegt in der Bank, den wir für ein anderes Rätsel brauchen. So, und wer sich jetzt halt wie gesagt nicht spoilern lassen will, der überspringt dieses Video ganz einfach. Im Anschluss machen wir den Rückkehrpunkt und dann gehen wir hier, machen wir das hier zum Beispiel zum Schluss. Und in der nächsten Folge gibt es dann halt die Tiefgräbersfurche oder so. Den unbekannten Ort, der da noch war. So. Na, der Fakthände... Fak dich doch. Absturz. Oh, wisst ihr was toll ist? Enderil ist mir abgeschmiert. Jetzt darf ich den Scheiß hier nochmal markieren. So. Und jetzt nochmal die Teleportrolle. Ich habe schon den zweiten... äh, die zweite... Lösung. Und zwar für einen der Brunnen in... Ich glaube Golden Forst ist das. Da habe ich auch schon den nächsten Gegenstand. Ich gucke nebenbei auch das eine Video. Okay, mir fehlt tatsächlich noch der Kell nicht. Für eine der Lösungen auf jeden Fall. Na, stützt wieder ab. Okay, und ich habe den nächsten Gegenstand. Darauf wäre ich auch nicht gekommen. So, speichern. Ich habe es das Gefühl, Enderil verreckt ab und an mal beim Speichern. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestauen hier. Sag, was ihr braucht und macht schnell. So, hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Ja, klick doch. 50.000 Mal klicken und nichts passiert. Ne, du hast auch nicht das, was ich brauche. Stopp, stopp, stopp. Aber immer doch. So. Schreitet wohl. Der ist Maragd, ist eine der Lösungen. Dann brauche ich... Ich weiß nicht, was der hat. Moral aus Segen. Gewürze, Teppiche, Exquisitäten. Nur das Beste, frisch aus Kiel. Lebt wohl. Lebt wohl. Vielleicht nicht das, was ich brauche. Vielleicht ist hier ja was drin. Ich gehe... Ja, ich glaube, die brauche ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich nehme die mal mit. Sonst habe ich hier nichts. So. Ihr seid Abenteurer, oder? Ihr habt sicher jede Menge zu erzählen. Ja, ja. So. Erstmal zur Bank. Da gibt es was, was ich brauche. Vielleicht sogar beide. Eine der Dinger könnte ein Problem werden, aber ich habe drei Beine. Ich habe zwei, drei. Können wir mal gucken, was unser Geld mittlerweile macht. Schreitet wohl, Mesdame. Wie kann... Natürlich. 5200. Hey. Es wird immer mehr. Schreitet wohl. Und vergesst nicht. Bei Seelerinnen und Freunden ist euer Geld sicher. Aber natürlich. Warum sind die Helle wieder verschlossen? Vor allem, warum ist da nichts drin? Für einen habe ich auf jeden Fall den Schlüssel. Das weiß ich. Oh. Reichtümer. Ja, dafür war der Schlüssel. Das ist eigentlich das, was ich da brauche. Ne, hier ist es nicht. Oh nein. Meine Fähigkeiten reichen nicht aus. Wie bedauerlich. Da, 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 da. Den hätte ich gerne. Ach, Mann, wo ist denn der? Der muss aber hier sein. Bin mir ziemlich sicher. Summer. War der Dunst davor, oder was? Also das Maragd ist auf jeden Fall wichtig. Ah, das ist mein Bank. Ah, Ambrosia, cool. Warum habe ich es nicht mitgenommen beim letzten Mal? Wieso war es denn? Wieso ist denn das nicht hier? Sag mal. Äh. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Mal fast zum Gruß. Schrami, Neon. Hab ich den Kelch etwa mitgenommen? Mesdame. Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich suche ein Kelch. Ich sag nicht, ich muss hier ein... Boah, den Heft. Ich sag nicht, ich muss da einbrechen. Offenbar wird das Ganze doch ein Zweiteiler. Ich gucke mir nochmal die Stelle an, wo die auf der Suche nach der Wahrheit sind. Moment. So, und die sind... So, und die sind... Obst, Gemüse, frisches Brot, alles frisch. Aber ist das dunkel, ey? Moment. So, die gehen in die Bank. Die brechen ein. Frischer Fisch und Meergetier. Okay. Wir waren richtig, aber das ist nicht da. Ohne. Ja. Warum fragst du? Nicht nur so. Obst. Frisches Obst. Dann bis demnächst. Ach, und lass dir mal die Rüstung unter die Lupe nehmen. Die sieht etwas randaliert aus. Ähm, ja, natürlich. Schreit wohl. Okay, da wäre ich nie hingekommen. Okay, da muss man also vorbei. Ich komme mir vor, als würde ich eine Einbräune an der Bank planen. Da ist also der Kelch okay. Das wird schwierig, Leute. Ja. 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 Frischer Fisch und Meergetier. Ja, all dies, das gibt es hier. Und dazu ein Glas mit Bier. Okay. Der Kirch wird ein Problem. Aber mal gucken, ob wir es hinkriegen. Machen wir einen Quicksafe hier. Den kann ich gar nicht haben. Hallo, wie kann ich euch zu Diensten sein? Die hätten das so gemacht. Hier rein. Und hier wieder raus. Vielleicht hilft es ja. Da muss man die Tür aufbrechen. Durch die fast gar nicht durchgekommen wäre. Warte mal, ich habe eine bessere Idee. Mal eben meditieren. Ich werde besser machen, wenn ich schleichen. Jetzt kann ich es. Wo war denn das Schleichen? Wie viele Punkte habe ich noch? Null. Okay. Dann sehen wir uns im nächsten Video.